So. Gebt zu Feuer! Kein Feuer! Feuer! Ich merk's. Kanone bereit! Gebt hier raus! Feuer! Ich weiß, welches Bahn ist. Raumssegel niederholen! Raumssegel! Alle Segel! Raumssegel! Komm! Ach du Scheiße! Gebt bereit! Raumssegel! Ja, bin ich. Guck dir doch mal das Schiff an, Alter. Feuer! 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 Daneben, Jungen. So. Feuer! Was denken Sie sich bloß dabei? Bereit zu feiern, Sir! Ja, ich weiß, kommen Sie rum! Feuer! Ja! Ja, ha, 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 ha! Ich weiß, komm. Ah. Ja, ich hab's nicht weg. Komm her. Schiff, sag mal, was machst du? Fährst weg, oder was? Das haut ab, das Schiff. Komm her, das Schiff. Was kannst du eigentlich nicht sehen? Wovon hier hin? Hallo! Die leuten schon so aus. Jetzt kommen sie okay. Oh. Feuer! Alter Falter! Der ist bei mir reingereilt und der hat mich schon vorne auch noch geschafft. Nicht schlecht. Gut, dass ich das nicht schaffe, war klar, aber es ist vorne erfahrt. Ja, da wollen wir nicht hin. Ist zu heftig. Krieg ich nicht hin. Äh, halalala. Aber gut zu wissen, dass es hier wirklich legendäre Schiffe gibt. Ja, alter Falter. Wo müssen wir denn hin? Was? Gesichtet! Oh! Deine Bestie! Ach, weg. Uninteressant. Alles setzen und schafft zum Wind aus. So, können wir nicht einfach mal hier, lassen wir es mal hier irgendwo hin teleportieren. Irgendwie, irgendwie hier so hin. Hier so hin, geht das? Geht das hier? Hier so? Vielleicht hin? Schnellreise? Nach Nassau? Schnellreise? Nicht verfügbar, okay. Ich weiß nicht, wo der Drückeberger ist, sagst du es nicht? Oh, fahr mal einfach weg. Einfach wegfahren. Alles wird gut. Das ist so lustig, ey. Dass die so miteinander quatschen. So, ich möchte aber jetzt Schnellreise machen. Das wäre schön. Wieso geht eine Schnellreise nicht? Schnellreise und so? Na, also warum kann ich nach Nassau nicht Schnellreise machen? Nicht verfügbar. Äh... Es gibt es noch für Schiffe. Schnellreise? Nicht verfügbar. Denk mich doch mal aus hier. Warum halt eine halbe Inschkette da lang? Jetzt bin doch auch Banane. Wieso sinkt ihr nicht? Ich bin übelst auf der hohen See hier. Was geht ab hier? Ich darf keine Schnellreise machen. Wieso darf ich keine Schnellreise machen? Ich bin nicht im Kampf. Ah, jetzt. Jetzt geht's. Wo ist denn meine Quest hin? Die war irgendwo hier. Da. Können wir da hin? Nach Cat Island können wir schnell reisen. Das finde ich gut. Dann kommen wir von Cat Island aus. Dann war er da vorn. Finde ich gut. So. Wo? Mh... Käpt'n... Was ist denn das? Großsegel setzen! Hört ihr! Raus aus dem Wind! Ist das hier von mir oder was? Haltet kräftig dagegen! Ich würde sagen... Wieren und Fahrt aufnehmen! Gummifahren. Hochleute! An die Brabensegel! Ja genau! Ich möchte auch nicht hier gehen. Böse Brise! 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 Was ist für gegensteuern? Böse Brise! Dann gibt's auch keine bescheiden Schiffe. Wenn ich mal angreifen kann, wo ich mal ein bisschen Zeug wieder kriege. Ach so! Was ist das denn? Böse Brise? Ich glaube in einem anderen Piranangreis ist es nicht so schön. Benjamin! Wer soll denn sein Benjamin? Wär sagt er? Böse Brise! Böse Brise! Können wir auf freiwillige Zeug gehen. So ein Gegender auch noch mal. Ach so das ist? Aaaaaaaah! Sie sollten Jack da aufrüsten bevor... Böse Brise Brise! Die wird schon benutzt! das ist voll aufgerüstet was zum teufel ist hier geschehen ein angriff aber von uns es war blackbeard der zuerst schoss ergriff eine britische manor war an der idiot warum in gottes namen er sucht noch nach medizin erst durchgedreht wenn du mich fragst ich hole ihn heim das hat er sich selbst zuzuschreiben ne ich hole ihn heim hier ist voll nebel und voll ali hopp so tut mir aber leid ich habe euch getroffen ihre schwachstelle ist ungeschöpft zerschmettert und es geht nur mit der jugend so ein quatsch aber quasi nicht so viel dünnschiss ich habe keine durchschlagskraft hier achtung einschlag die labern immer steht aber ja 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 und ja ja und ja 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 bla da ja 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 Heizgeschmerz haben wir jetzt hier, das müssen wir jetzt noch an. Meistig hat der gerade Klöten gezogen? Was Klöten, was ich denn eigentlich für ein Video jetzt? Ich möchte es gerne anzucken, aber das funktioniert nicht. Verzeihung, Leute. Wir müssen ja nur kurz... So. Was möchte ich gerade noch? Achso, aus dem Weg. Aus dem Weg?! Oh, da hab ich gesagt. So. Haben wir schon gemacht? Schiff geschehen, check door reparieren. Check door reparieren, bitte. So. Macht das Ding kaputt? Genau. Hm, ja. Ach, hier wird gar nichts zusammenstossen. Auf immer auf euren Alarm zu gehen, Mann. Da hinten ist ein Brack. Sieht frisch aus. Ich sehe es. Wo? Hoffen wir, dass Thatch nicht dasselbe Ende fand. Er ist noch so ein Brack, Käpt'n. Das sieht nicht gut aus. Schönen Wasser. Es läuft langsam aus dem Ruder. Ein Dutzend Kisten Medizin sollten doch zu finden sein. Das hab ich nicht gemeint. Sondern Thatch und Hornigold und ihren sinnlosen Kleinkriegen. Machst du's nicht? Oh, doch. Ei. Aber beide haben das Herz am rechten Fleck. Sie beide wollen das Beste für die Leute in Nassau. Ist das auch der Wettbewerb für uns? Eine Stadt retten, die nicht viel wert ist? Wir nehmen und geben und leben mit Herz. Welche Lösung stehst du denn vor? Die Antwort heißt Macht und Reichtum, nicht all die. Händen wir das Obstematurium. Wir werden nur Geld für die Strecke. Wir werden nur Kaiser und Könige herrschen, als wären sie selbst nicht mehr als Bauern. Das sind große Worte, Käpt'n. Aber segelst du für... Segelst du für deine Crew oder für dich selbst? Gäste für die Männer, Adi. Wirklich. Aber das schmeckt mir nicht. Als lebte ich nur für andere und nicht für mich selbst. Mhm. Es hilft sich nur für andere und nicht für mich selbst. Gut, ja. Klar. Verstehe ich. Verstehe ich. So. Wo ist denn das andere Schöpfchen? Wird kurz da. Was? Oh. Wie? War so. No, man ist es. Feuer! Jaa. Hoi. Weekend. Feuert! No. FRAI! Oh, nein! Die pissen sich an. Alles klar. Klöten, wie du das sagst. Wirklich klöten. Das find ich immer voll kaputt. Also du bist noch anbauen. Lass mich mal hier ran. Ja, wenn du winken möcht, kriegst du gerne ins Gesicht. Ach, die Boys hier, Alter. So lustig. Na, das war's schon, Leute. Habt ihr schon gekappt? Boah, du kannst, warte mal. Alles in Ordnung. Die Boys, alle hab's. So, Kinas, ne? Bist du wahrscheinlich? Äh, ja. Find's gut, dass hier jetzt, wo wir quasi mitten in der Mission sind, nicht so das Problem hat mit diesen scheiß Piratenjägern, die uns hinterher fallen. Wir können hier quasi noch so ein bisschen nebenbei Zeug machen. Ja, jetzt muss ich... Ach, hier ist gar nichts mit Zusammenstoß, das ist alles. Ach, hier ist gar nichts mit Zusammenstoß, das ist alles. Bullshit. Die Rollen. Malm Schothorn, an die Schoten! Müssen wir erstmal gucken, was hier abgeht, oder? Erstmal müssen wir durch diese... wie soll ich denn jetzt... Nehm die Rahen aus dem Wind! ...dass ich hier durchkommen, oder? Juhu! Käpt'n hat das Ruder. Los, Segel setzen! Mit jeden fetsten Stoff in den Wind! Wir müssen mal kurz, kurz drehen. The Queen ends Revenge. Flee-Segel einholen! Okay. Los, was ist das? Hier ist voll Nebel! Wie soll ich hier was sehen? Hm. Und schnell die Pumps. Feuer! Sie präsentieren sich uns! Lassen Sie dafür bezahlen! Warten auf dein Zeichen! Gebt dem Wind noch! Ich weiß Schatz. Was ist das denn? Diese Gewässer werden gut bewacht! Feuer! Ja! Bereit! Ihre Kanonen! Feuer! Bereit! Bereit! Bereit zu schießen! Feuer! Der Treffer könnte sie lachen! Feuer! Der Treffer könnte sie lachen! Erwarten Befehle, Captain! Feuer! Die Verwundterkecken! Segelbergen! Wanden hoch und Riffen! Riffen! Halbes Segel! Also hier ist so viel... Nebel! Nehmen Ihr Fahrt auf! Alles klar für den Hauptkreis! Verzeihung ich wollte nur... Anditschen! Fahrt mal ein, Freund! Genau! Mach's da automatisch! Find ich gut! So! Gettnerische Quote und den Fortschritten! Feuer! Seelen Schiffs! Zerstören! Zwei! Okay! Das ist in Ordnung! Wenn sie weg des Hebnern! Oh, die Männer töten hier! Okay! Nein. Heißt Samyu. Leute, die Töten von meinen Leuten, was geht ab? Aber ich geht's zu gut. Was ist los hier? Komm schon. Nichts zu gut. Tja, Leute. Ne? Äh, und so. Wieder ist mit Schiff aber jetzt. Ja, find ich gut. Find ich gut. Sehr gut.